Zypern war gigantisch. Es war unheimlich inspirierend. Es war hier mega geil. Das Movement, überhaupt hier dabei zu sein mit den ganzen Leuten hier. Eine Ehre hier sein zu dürfen. Dieses Gänsehautgefühl und dann wusste ich einfach, dass es das ist. Zypern, Sommer 2024. Roßbach, Coaching, einfach geil. Man ist hier in einer super coolen und geilen Community. Noch mal ein ganz anderes Level als die anderen Seminare. Ich habe jetzt das nötige Elan und das Feuer gefunden. Noch geilerer Content, noch geilere Location. Ich habe mich hier nicht nur als Unternehmer weiterentwickelt, sondern auch menschlich. Obwohl das letzte Jahr für mich schon viele Erkenntnisse gebracht hat, war dieses Jahr tatsächlich noch intensiver für mich und ich habe noch mehr für mich mitnehmen können. Der Wechsel der Location vom normalen Alltag, dass man da mal rauskommt, mit guten Leuten zusammenkommt. Mein Horizont ist komplett erweitert. 25 Teilnehmer, alle sind nett, freundlich, haben gute Vibes miteinander. Es ging einfach so richtig tief. Man hat unheimlich viel auch in sich selber reingehört. Man hat ganz, ganz viele Erkenntnisse mitgenommen. Man nennt ja nie aus in diesem Geschäft. Nicht überlegen, einfach mitfahren, erleben. Es bringt unfassbar viel. Mein Magic Moment war quasi, dass ich hier während einer Übung meinen Purpose gefunden habe. Wir wollen Menschen glücklich machen. Wir wollen uns Makler stärken. Viel, viel klarer nochmal zurück und kann es voll was geben. Nächste Woche wieder starten, weiter an unserer Entwicklung, an unseren Prozessen und an unserem Business arbeiten werden. Ich gehe voller Energie und Tatendrang auf jeden Fall jetzt at Back to Business. Heiz, Wolfsburg! Heiz, Wolfsburg! Heiz, Wolfsburg! Heiz, Wolfsburg! Heiz, Wolfsburg!